Servus. So, willkommen zurück in Lachti. Und um ehrlich zu sein, ist es ja ausgesprochen ungemütlich. Es ist jetzt 17 Uhr Ortszeit. Das ist Trainingsbeginn, man sieht's. Und in der Anlaufspur wird heftig gearbeitet, denn das Problem ist nicht der Wind, der im Vergleich zu gestern ziemlich nachgelassen hat. Das Problem ist Schneefall. Und das ist bei einer Temperatur um den Gefrierpunkt kritisch, denn der Schnee ist nass und bleibt in der Spur kleben. Und das macht Probleme. Deswegen wird sich der Start des ersten Durchgangs ein wenig verzögern. Nicht dramatisch. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Bedingungen nicht schlechter werden im Laufe des Tages. Dass der Schneefall nicht stärker wird. Denn dann könnte es zu echten Verzögerungen kommen. Voraussagen kann man's nicht. Dafür ist das Wetter zu launig und zu wechselhaft. Ein bisschen abwarten und hoffen, dass die Männer an den Blasegeräten einen guten Job machen. Davon gehen wir aus. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.